Hallo zusammen, Stefan Küken hier. Ja, bekanntlich nach den Neuheiten ist vor den Neuheiten und nach dem Sommer kommt der Herbst. Auch noch so eine tolle Weisheit. Aber kurz gesagt, Zeit für die nächsten Neuheitenvorstellungen. Zu Beginn möchte ich euch allerdings noch auf eine kleine Neuerung hinweisen, die wir mit diesem Prospekt zukünftig einführen. Aufgrund unterschiedlicher Ankündigungsmodi zwischen unseren zwei großen Produktbereichen, eben Wings und Cars & Trucks, seht ihr zukünftig immer oben rechts neben jeder Abbildung im Prospekt ein kleines Kalendersymbol mit dem voraussichtlichen Lieferzahlraum. In diesem aktuellen Fall 01 und 02, eben für die ersten beiden Monate Januar und Februar. Im Bereich Cars & Trucks zeigen wir parallel in diesem News-Katalog jedoch bereits die Vorankündigung für März und April. Die Hefte erhalten auch einen neuen Titel und werden eben künftig als News Römisch 1 bis News Römisch 6 betitelt. Was sicher auch auffällt, ist, dass wir auch dieses Mal wieder ein kompakteres Paket anbieten. Aus Vorsicht vor den ja nach wie vor anhaltenden Verzögerungen in der Logistik, die bereits unter normalen Umständen in der Vorweihnachtszeit erfahrungsgemäß zunehmen, haben wir das Paket einfach nochmal ein bisschen kompakter gehalten. Apropos Versand, kurz bevor ich diese Infos vor euch aufgenommen habe oder aufnehme jetzt gerade, habe ich noch mit den Kollegen gesprochen, dass wir wegen eben diesen Verzögerungen beim Import im November wohl wenige Artikel rechtzeitig für die Auslieferung an den Handel erhalten werden. Aber im Dezember werden wir alle Voraussicht nach eine Vielfalt über alle Produktbereiche hinweg haben, also sprich 1 zu 500, 1 zu 200 und den Bereich Snapfit. So, aber jetzt dann doch mal zu den Neuheiten und ich glaube, wir könnten oder wir können trotz der Größeren unseres Angebots eine doch gute Vielfalt für euch unterbringen. Unter anderem haben wir in 1 zu 500 einen echten historischen Klassiker, die Olympic 727, aber eben auch eine moderne Retro-Bemalung in Form der A321 von American Airlines in den markanten und ich glaube noch gut bekannten Farben der, wie Sie selbst gesagt haben, der ehemals freundlichsten Airline der Welt, eben der PSA aus Kalifornien. PSA wurde von US Air seine Zeit aufgekauft, die wiederum ein paar Jahre später mit American Airlines fusionierte. Somit wird PSA als einer der vielen Vorläufe von American Airlines angesehen. Dann haben wir noch einige Sonderbemalungen, angefangen mit der A320, mit dem Sonderschriftzug zur Europawahl von Lufthansa. Da haben wir die A220 in der neuen von Ureinwohnern Australiens kreierten Sonderlackierung. Da haben wir bereits in 1 zu 200 vorgestellt. Und wie man bereits auf den Titel des Prospekts sieht, haben wir jetzt für euch die zweite Antracht Frankfurt Sonderbemalung von Sun Express. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir zusammen mit Sun Express unter Eintracht für euch diesen neuen Adler umsetzen dürfen. Eine Notiz am Rande vielleicht, noch weitere der Europaflieger sind geplant, nur wird aber wohl einer nicht darunter sein. Auch wenn Brussels Airlines ein sehr guter Partner für uns ist, eine Genehmigung für unser Sortiment bekommen wir leider bislang nicht. Wir bleiben jedoch natürlich dran. In 1 zu 200 haben wir für euch Modelle aus mehreren Jahrzehnten. Angefangen mit einem der wohl klassischsten Airlines überhaupt, Pan Am. Einige der DC-3s wurden noch bis in die 1960er Jahre weiterverwendet und erhielten so noch die dann oder zu einer Zeit neue Lackierung mit dem allseits bekannten Pan Am Globus. Dann haben wir noch einen ganz anderen Klassiker aus der Sowjetunion für euch, die ja auch unverkennbare Tupolev 154, diesmal in einer außergewöhnlichen Farbgebung aus Nicaragua. Die Airlines des Landes mussten wegen der vielen, ja doch zahlreichen politischen Wendungen im Land, auch so manche Wendungen selbst hinlegen, was die Flottenzusammensetzung und Bemalungen betraf. Ebenfalls ein klarer Klassiker, nicht nur im Original, ist die Kubaner Ilyushin 62. Ganz nebenbei ist kleine Randnotiz, der NATO-Codename der Ilyushin 62 ist ebenfalls Klassik. Aber auch bei uns ist sie ein Klassiker. Einige von euch erinnern euch sicherlich, dass wir das Modell seinerzeit aus Kunststoff vor gut 10, 11 Jahren schon einmal angekündigt haben. Aber nun erscheint das Modell diesmal ganz wirklich versprochen und wird zudem aus unseren neuen Werkzeugen, eben aus Metall gefertigt. Zudem haben wir das Modell einer Fairchild 227 aus Uruguay mit einer sehr tragischen, aber zugleich wundersamen Geschichte, die auch bereits mehrmals verfilmt wurde. Es ist sicherlich eine sehr spannende Geschichte, die keinen unberührt lässt. Das Modell der Fairchild entstand im Zusammenhang mit dem Museo Andes in Montevideo in Uruguay, die dem Flug den Passagieren, deren Familien und den Überlebenden gewidmet ist. Und noch zu guter Letzt, solltet ihr in der Nähe sein, vergesst bitte nicht bei uns in Dietenhofen zu unserem kleinen Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen. Vom 30. November bis zum 21. Dezember gibt es so manche Rarität bei uns im Shop, inklusive Sonderaktionen an den Adventsamstagen. Ja, dann vielen Dank für euer Interesse. Auf bald, euer Stefan Külgen. Auf bald, euer Stefan Külgen.